Na Jungs, da wollt ihr doch bestimmt anfangen, oder? Why not? Very hot. Erst geht's ums Gesicht, ja? Ja, ich bin dabei. Heißes Gesicht. Das Kleid musst du weglassen, das ist gar nicht da. Nee, das Kleid, ich guck nur so. Also, oder doch, also ja. Oh nee, lieber nicht weglassen. Ich wollte noch was aus meiner Kindheit erzählen, ganz kurz. Kleiner Scherz, 8 Punkte für dein Gesicht. Wir, Jury, wir sind uns ja total einig heute, ne? Alex, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ist das nicht lustig? Wahnsinn. Das ist Olga, 16 und in ihr brennt das... ...und 15 bis 15. Ihr wollt bestimmt jetzt von mir wissen, wer weiter ist? Ja. Caroline. Olga. Vanessa. You got my top in my bed. Dominik. So sind sie. Die nächste Runde in die Badeklamotten steckt. Paxi! B부ht? Was ist die Runde in die Billion? two ist die Runde in die BLB-